Hallo, ich bin Dax und heute machen wir Yoga für Kühler. Mit ihr machten die Videos, wo auch alles so Leute machen, wie ich komme. Heute machen wir hier eine kleine Medikation, ein sehr kleines. Und ich hoffe, dass ich euch ganz viel verbraucht und euch auf die gute Welt. Vielleicht kommen wir, verleicht das Video und abonniert uns. Yoga ist es gut. Das war ich immer mit der Position, wo in die Rade, die Atmung der Rade. Ich hoffe, wir haben die Lübe, die wir mit der Atmung sagen. Dann wird das alles wieder mit der Atmung sein. Auf die Ade. Nun, ich mache die Ade, die Atmung sein. Ich! Alsoaalte die Augen haben wir gesehen! Es ist gerade wieder zu galt! Ich habe schon Fellobo wieder zu überraschen! Ich habe schon sehr gut... etwas kleines den anderen den Hinterarm und den Bebeln den Niedowarm die Rücken die Achte die Hüfte die Hüfte Und dann atmen. Eure Oberkentel. Sehr ruhig nicht alle. Eure Augen wieder feste. Und dann zieh. Und dann zieh rein. 1. 1. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 10. 10. 15. 11. Das ist mit dem Fuß, über eine lange Wirbelsäule, in ganzem Rücken, nach dem Fuß, hinter dem Kopf, hinter dem Fuß, Kopf, hinter dem Fuß, Augenbrauen, Augen, Nase, Bein, Ohren, Rücken, inbauen, ganzer in Heid, ganzer in Halt, ganzer in Six Arm, ganzer in Der Halt, ganzer in Der Pumpe, um Ich mache das hier. Ich mache das. Das ist das hier. Danke, das ist das. Atme, ein, 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 ein. Ein Atme, ein, 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 ein. Abnehmend 4. Abnehmend 4. Bähne sich in die Hand. Dann eine 3, 1, 2, 1 und 3. Ausatmen 3. Jetzt bitte die 2 nach dir alleine. Wiederrufe. Nach der Atmung. Und jetzt die Kraftigkeit. Wir halten es auch nicht mehr, aber wir werden es auch nicht mehr machen. Dann ist der Finger. Und wieder. Wenn ihr bereit seid, erst auf die Augen und auf die Haare zu schieben, dann reich der Bein. Bis auf die Augen und auf die Haare. Dann noch einmal durch. Bis zum nächsten Mal. Bye!